Hallo und willkommen zum heutigen Glow mit dem... mit dem Stefan? Ne, mit dem Max. Hallo. Hallo. Wo kann ich sagen, mit dem Stefan? Hä? Ne. Und wir bauen immer noch aus... Hä? Hab ich kein... Ich hab keinen Skin. Warum? Kenn ich. Was geht nicht? Kenn ich. Achso, das kennst du. Wart aber lange, oder? Ich bin der... Ey, was willst du grad machen? Achso, ich... Stopp. Stopp. Ja, ich wollte nämlich grad sagen, weil irgendwie... Das ist das falsche Zeug. Heinz, ruhen ruhig hier. Echt? Wie wollen wir das Ding da drüben eigentlich befeuern? Hör komisch an. Wie wollen wir das Ding da drüben eigentlich befeuern? Mit welchem Strom? Welches, was, wie, wo? Na, der war halt Strom. Ich glaube, ich brauche einen Stirling-Generator, oder? Wie ist es mir... Wehen? Generator... Robit. Combustion-Generator? Ich glaube, ich bin, äh, ready. Hattest du den gebaut? Ready. Echt? Ready. Cool. Warte gleich. Mach ich jetzt noch schnell. Okay. Das da... Buddy. Was denn? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich brauche einen Redstone? Nein, ich brauche einen... Ich brauche einen Redstone. Ist hier keine Person. Nö. Hm. Jetzt halt die Frage, was nehmen wir an Strom mit? Jetzt haben wir eben so... Diesen Solarpanel hier mit? Okay. Dann nehmen wir den Solarpanel und die Wind-Turbine mit, oder? Das sollte reichen. Sollte reichen. Ey, dunkel. Treffen wir uns drüben in der Farming-Welt, oder? Ich geh schnell höher machen. Brauchst ja nicht, wir gehen eh rüber in die Farming-Welt. Okay. Good morning. So, dann können wir jetzt nämlich... Achso, ich will mein Männchen werden, nicht Bird. Einmal Bird. Weißt du, ich glaube, das ist... Mit dem Skin, das ist bestimmt irgendwas, irgendwie abhängig von dem... Ja, ja. Von dem Morph-Mod. Oh, ich hab wieder einen Skin. Hallo. So wollen wir das Teil nicht stellen. Ähm, ich würd' sagen, ballern erstmal hier hin. Erstmal. So. Voll lustig. Also Ball-Konfiguren tu ich gleich. Wir haben noch keine... Ähm, Dings, ne? Was? So, der Radius passt. Das passt, das passt. New Filter. Und zwar brauchen wir... Keine Ahnung. Ähm... Ohr Direct. Redstone. Redstone. Safe. Ging nicht, okay. Also, wie war denn das wieder? New Filter. Items... Mit... Item Stack. Ne, da ging das nicht. Material? Da ging es auch nicht. Ne, das war schon. Ohr Direct. Red... 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 Stone. Muss ich nicht Ohr nachschwingen schreiben? Heißt das Redstone Ohr? Äh, wird Stone Ohr. Zusammengeschrieben? Ne, Leerzeichen nach. Also Unterstrich. Schauen. Genau. Ne, find doch nicht. Find dem No, willst du? Ja, dann findet der kein Leerzeichen. Oder schreibt man nur Leerzeichen oder dann kein Leerzeichen? Red... Stone. Ja, normal müsst ihr jetzt eigentlich alles haus suchen, was mit Redstone ist. Macht aber irgendwie nicht. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall den ähm... Sick touch brauchen wir nicht. Er ist ready und ist running. Running, running, running. Das ist aber... Der fehlt kein Redstone. Warte mal... New Filter. Or Direct. Iron. Or. Findet er auch nicht. Er wird ja mich verarschen. Inversed Mode. Ah ne, das Inversed Mode ist nicht bloß, wenn ich sage, alles außer Stone. Haben wir New Filter. Mod... Mod-ID ist ja auch... Gibt es denn eine ID dazu? Ne. Was? Ich sehe keine ID dazu. New Mod-ID Filter. Da kannst du quasi jetzt äh 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 nach ID's suchen. Also kurz... Bloß ID's finden. Aber das... Äh... Warte, welche Taste war das denn? Ähm... Egal. Warte, 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 warte. Äh... 73. 73? Warte, was ist das denn? Mod-ID 73. Ja, er findet auch nichts, zeigt auch kein Bild an. Oh, der will mich verarschen, Mann. Strom und so hat er ja. Auto Eject. Auto Pull. All is well. Okay, jetzt sind Upgrade-Seite keine drin. So, Config. Das gibt's ja nicht. Or Direct. Redstone. Save. New Filter. Or Direct. Iron. Or. Aber Iron Ore findet er auch nicht. I don't know. Genau. Der will mich, glaube ich, ein wenig veralbern. Ähm... Hm... Schau mal, ob du eventuell ein Iron Ore findest, buddy. Iron? Ein Iron Ore, ja. Ich verstehe das aber nicht, warum findet der kein Redstone? Bei Normales hast du früher mal, ähm... Einfach nur eingegeben, was du gesucht hast und er hat's gefunden. Äh, du hast jetzt quasi bloß Redstone eingegeben, hat er alles rausgesucht, was mit Redstone zu tun hatte. Das macht aber irgendwie gar nicht mehr. Wo ging's denn hier nach unten? Hätte doch irgendwo mal ein Loch kaputt erheben sollen. Das gibt's ja gar nicht. Probe sterblich. Wenn wir mal einfach nur Stone eingeben. Ja, wenn ich jetzt nur Stone eingebe, dann findet er auch die Steine. Da muss ich vielleicht alles klein schreiben. New Filter. Or Direct. Redstone. Versteh ich nicht. Ich bin doch mal was zu Redstone. Ja, Redstone. Ein Marble Redstone. Ein Marble Redstone. Ne, äh, ne, warte, ich brauch ja Ding, ich brauch... Eisen, genau. Weil Redstone bräuchte ich, wenn... Redstone würde nur gehen, wenn du mir einen Redstone Block mitbringst. Aber warum geht das nicht mehr? Ich versteh das nicht. Irgendwann. Aber warum geht das nicht mehr? Ich versteh das nicht. Das ist die Höhe, ne? Genau, bis Höhe 60. Was? Wie hoch ist die Welt hier? 80. Jawohl, der kann eigentlich hoch bis Höhe 70, kann doch ruhig gehen. So. Aber, äh, ich versteh das echt nicht. Du kannst, du kannst ihn nicht nach Redstone suchen. Äh. Oh. Oh. Geil. Das sind einmal die... Zwei verschiedene. Einmal diese Mitchell mit... 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 Und... Alles nur. Danke für... Gern geschehen. Immer wieder. Ja, komm schon mal. So kann ich es sofort einfügen, ne? Oh yeah. Klingt nicht mehr komisch, Buddy. Hä? Hallo. Der. Hi. Oh, ich sehe den Sound von der Windmühle. Warte. Blocks. Und dann wird er auch vor nachher sein. Dann hat man die Windmühle. Oder Backbuddy. Du musst einmal Blocks ausmachen und dann kannst du wieder anmachen. Dann hast du die Windmühle nicht. Das sammelt gerade nur Eisen. Verstehst? Das sammelt gerade nur Eisen. Wie im Eisen. Schneller. Warte mal, schneller? Die Scheiße ist halt nur wirklich mit... Mit... Mit dem Redstone. Andere Möglichkeit wäre halt wirklich, wenn ich einfach nur ausfilter. Wenn ich jetzt sage, ich will keinen Stein haben. Ich will keinen Marble haben. Und... Ist ja doof. Das wäre halt noch die andere Möglichkeit dann. Aber ich... Wir müssen ja irgendwie einen Redstone finden. Das gibt es ja nicht. Der Redstone-Ohr hat 73. Ne, das nimmt aber nicht die... Die Zahl. Ja. 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 Wie lange will ich damit warten? Das geht eigentlich relativ schnell. Ja. 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 Das ist ganz in die Config. Ich nehme das Eis schon mal mit. Ach... Config. Normal ist, wenn du Redstone eingegeben hast, hast du immer dieses Ding um angezeigt bekommen. Dann hätte er ja alles rausgesucht, was mit Redstone ist. Also Redstone-Blöcke, Redstone-Normal, Redstone-Torches und so weiter. Hätte alles rausgeholt. Aber irgendwie will er das gerade nicht und das ist ein bisschen doof. Ich kann gar keinen Unterstrich machen. Ne, das ist ja das Problem. Weil normalerweise, wenn du einen Unterstrich reinmachst, dann... Du konntest früher auch nur nach Ohr suchen, da hätte halt dir alles rausgehört, was ein Ohr hat. Konflikt, New Filter, Item-Stack ist was? Ja, Item-Stack ist... Item-Stack ist halt... Da kannst du halt Zeug, was du im Inventar hast, da reinlegen, dann such dir das auch mit. Achso, Konflikt, New Filter, Ohr, Dick? Ne, Mod-ID, ne? Weil ich keinen Unterstrich machen. Keine Ahnung. Ich verstehe es ja auch nicht. Das ist ja... Das ist ja eben das Komische, weil normalerweise... ... würde der alles finden, was... ... damit zu tun hat. Konflikt, aber New Filter, Ohr-Direct, nimmt er einen Diamant an. Diamond, Diamant. Das nimmt er nämlich auch nicht an. New Filter, Ohr-Direct, nimmt er einfach nur Ohr an. Ne, nimmt er auch nicht an. Ja, dann geht halt wirklich bloß, dass wir halt sagen... ... sammeln wir uns alles außer das. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz starten. Geh mal kurz aus der Konflikt raus. Warte kurz. Weil ich hab grad die ganzen Upgrades reingedonnet. Und da kann man auch nicht sitzen, warum? Hey Schnauze, du Hissengeschwein, ich bring dich immer nur an. Hat mich so dumm angenommen. Geh, schau mal wie er jetzt farmt. Aber jetzt reicht der Strom nicht. Hehehe. Ui. Egeroll. Da ist der Stromtisch wach auf der Brust. Aber so stecke ich mal schnell 25 Eisen, siehste. Wenn halt der Rest noch klappen würde. Ja. Oh ne. Das liegt halt schon mal nicht zufällig was, ne? Ah, lol. Also, das liegt halt schon mal nicht zufällig was, oder? Ne, warum stirbt denn die nicht? Ah, jetzt. Hm. Ich, 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 ich. Hehehe. Was? Oh nein. Ich bin selber reingerannt. Das ist doof. Aber wir haben schon mal ein digitales Mal. Was machst du jetzt? Also. Hehehe. So. So. Hello there. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Config. Ähm. Ja, dann bestellt es halt. Oh, jetzt ist er wieder kaputt. So. Jetzt aber Config. Ähm. Dann nehmen wir das mal raus. Machen den in Burst Mode an. Watt. Hahahaha. Wait. Hast du jetzt gerade eine Kuh da oben rausfallen lassen? Die Arme, Alter. Hahnä? Da den Kuh gehen? Ja. Wann du weiter? Läi. Schmuck. Und das Gas steigt hoch. Easy. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann läuf mich nach oben und bis morgen. Tschüss.